so freunde willkommen zu diesem video wir werden uns den monatshelden vom november angucken und das ist orax er sieht optisch schon mal gar nicht mal so schlecht aus und er ist besser also für mich persönlich besser als selidana also der letzte monatsheld im oktober werden sehen also es ist es schwer zu vergleichen weil sehr komplett unterschiedliche sachen machen aber ich finde es halt so ein der angreift eigentlich immer besser die die richtig geilen heiler und sowas und supporter die kommen meistens sowieso irgendwann in den event und ich sage mal so die die heiler die durch monatshelden kommen sind meistens gut aber nicht so gut dass sie auf auf aller aller höchsten niveau solide mithalten können und auch vor allem war eine geschwindigkeit die waren lieber langsam ne oder war sie mittel ich weiß jetzt gar nicht jedenfalls ist da immer so ein bisschen schwierig ja so aber morax sieht schon mal deutlich gefährlicher aus als selidana hat die zauberer klasse das heißt da kann er schön dann mal so ein klein mana slowdown setzen ja ist sehr undankbar vor allem jetzt er ist jetzt nicht dafür geeignet aber so eine zauberer klasse ist vor allem sehr sehr unangenehm wenn du im rush spielst weil dann ist es so dass mit deinen sechs steinen dein held nicht voll ist weil er braucht dann sieben steine durch diesen slowdown den dann der zauberer setzt auch schon gehabt dadurch verloren seitdem achte ich da besonders drauf man lernt aus dem was es einem widerfährt in diesem spiel und ja deswegen das ist unangenehm er wird jetzt ist jetzt kein kein rush held oder sowas deswegen wird es jetzt bei ihm jetzt nicht so gefährlich sein aber zauber klasse muss man im rush immer irgendwie mal so zumindest im blick haben das kann kann ins auge gehen aber wir sehen wie immer irgendwie jetzt mittlerweile zwei passivs das eine ist mana bei verstärkter spezialfähigkeit dieser charakter hat jedes mal fünf prozent mana wenn ein gegner eine spezialfähigkeit wirkt die das leben verstärkt der lidana professor lidenbrock wenn ich das ist das schwein also gut in burs die alle anderen das waren jetzt nur ich habe jetzt so gelbe aufgezählt weil er lila ist und wenn gelbe in der defensive sind nimmst du wahrscheinlich lila mit also wenn solche helden zum beispiel in der defensive sein sollten da wo ich jetzt spiele ist keine lidenbrock mehr in der defensive und auch kein gullim bursti und auch keine selidana aber es gibt ja auch leute die gegen solche helden spielen im krieg da ist das natürlich eine ganz nette sache fünf prozent mana das kann dann schon dafür sorgen dass das dieses eine steinchen vielleicht ist was man durch die mana truppe nicht einsparen konnte was dann ihn dazu bringt auszulösen also es ist nicht nicht schlecht das sind diese fünf prozent praktisch das sind die die dann immer fehlen wenn man also nicht das sind dann zum beispiel diese fünf prozent wenn du dann gut das ist wahrscheinlich sogar mehr aber das wäre dann zum beispiel so eine sache wenn er diesen mana slowdown im rush drauf hat professor lidenbrock löst aus und trotzdem wäre er dann voll für die nächste runde das wäre jetzt so was zum beispiel passiv der charakter die angebogene fähigkeit status effekten und negativen stapeln zu widerstehen die die mana regeneration beeinträchtigen ok gilt nicht für die status effekte die die mana regeneration stoppen oder mana stehlen also das gilt nicht für autoys hell oder hel für onatel das sind so kandidaten oder halt gilt auch nicht für hänsel gretel alfrieke und sowas es gilt nur wirklich für diese diesen kringel hier wenn dieser kringel da auftaut sagen wir zum beispiel alasi alasi macht mana slowdown oder verringert die mana regeneration da hat er die angeborene angeborene fähigkeit dem jetzt zu widerstehen nicht schlecht kann man in bestimmten situationen gut sein sind keine übermäßig krassen passivs aber in jeweiligen situationen nützliche passiv die da denkst du dann wahrscheinlich nicht dran aber wenn es dann passiert sagst du auch ja schön schön dass das schön dass er dieses passiv hat vor allem könnte ich mir vorstellen dass das hier ganz nett sein wird weil es mal viele helden mit übersteigende heilung machen ja wir haben jetzt da ariel oder weitere kostüme die kommen wo kirill kirill kostüm macht doch jetzt glaube ich auch übersteigendes leben oder weiß ich gar nicht ähm naja das sind dann so sachen das äh es ist dann schon nicht schlecht und wo mir das gerade einfällt naja ist ja also also oraks passive können nützlich sein so dann gucken wir mal was was macht das special essence der hexerei fügt dem ziel 400 prozent schaden zum benachbarten gegner geringen schaden also 200 dem benachbarten 400 das ist schon für einen monat selten ist das schon ordentlich ja die werte würden jetzt eher auf äh es ist komplett neutral ausgerichtet ne der ist jetzt weder tankposition von den werten her ja noch ist er der der monstermäßige angreifer von den werten her also 400 auf ein das ist schon schon ganz gut 200 auf benachbarte okay kann man mit arbeiten wenn ich jetzt so überlege mit dem panther zusammen mit dem panther zusammen im kostüm oder auch ohne kostüm als mit jemandem der der auf dreien elementaren oder normalen defense down macht ist das schon glaube ich ganz ordentlich so das ziel erhält minus 24 magna regeneration für vier züge das ist ein bisschen schade dass das nur für das ziel ist es wäre deutlich besser wenn es für drei wäre also für alle drei die er auch angreift also ist es hier schon wichtig sich das ziel konkret auszusuchen ja also nicht zu überlegen also nicht nicht einfach sagen da sind jetzt drei auf der seite die ja wenn man sie jetzt direkt killen könnte wäre es mit der mana regeneration egal aber man muss halt schon weiß was ich meine man muss halt genau gucken wem man markiert als als hauptziel damit dann wenn der überlebt dass der die diesen mana slowdown noch drauf hat und nicht einfach wahllos in die ecke feuern und hoffen ja der 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 macht das schon der besiegt die schon und dann steht da einer ausgerechnet der der nicht als hauptziel markiert wurde ne also da nochmal so dann so ein bisschen gucken das ist so dann feintuning ja aber ich glaube je häufiger man mit dem spielt wenn man mit ihm spielt dann da sollte man das relativ schnell auf dem schirm haben reduziert das maximale leben von benachbarten gegnern des ziels um 400 ah ok das maximale leben kann nicht unter 30 prozent des ursprünglichen maximalen lebens haben ok das kennen wir ok also er macht mana slowdown auf das hauptziel und die benachbarten kriegen 400 ah leben reduziert das ist auch nicht schlecht vor allem im blutigen kampf im turnier wenn du nicht heilen kannst könnte das nicht schlecht sein ja ja ok kann ich kann ich mit leben ich glaube mir wäre persönlich die mana regeneration auf 3 lieber als diese reduzierung aber immerhin macht er was mit dem benachbarten elementare verbindung verleiht allen schattenverbündeten immunität gegen neue feinde für 4 zu höher dieser effekt kann nicht gebannt werden das ist gut feinde sehen wir relativ häufig man muss ihn dann also dann würde ich tatsächlich sagen wenn das als elementare verbindung gilt sollte man ihn in einem dreier also ne ich gehe jetzt davon aus 3 2 wird gespielt sollte man ihn definitiv in einem dreier stack mit lila rein bringt weil wenn man ihn alleine rein bringt oder also wenn man jetzt zum beispiel 3 1 1 spielt oder 4 1 oder so und er der eine ist da ist das halt verschenkt ja sagen wir es mal so also wenn man schon immunität gegen feinde hat oder kriegen kann und auch gegen jemanden reingeht der feinde macht dann wäre es nur sinnig ihn in dreier lila stack rein zu packen dann haben nämlich 3 dann die immunität gegen feinde das ist dann schon das kann schon hilfreich sein wenn man mal jetzt so überlegt zum beispiel feinde wie von elisabeth die mana slowdown machen ja man kriegt keinen mana slowdown weil man keinen feind kriegt von hannah man kriegt keinen feind also kriegt man auch keine attackdown und die ganzen anderen leute ich nehme immer die beiden weil die halt unterschiedliche effekte mit dem mit ihren feinden machen ja das ist immer gut zu zeigen also das ist schon das ist schon nicht schlecht generell ja es ist ein solider monat also es ist keiner wie bei manchen event helden der jetzt so einer ist den 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 alle haben wollen oder sowas ich denke es ist gut also für den ähm wenn man jetzt mal so wieder so bisschen durch geht wo wo kann man ihn alles nutzen titan würde ich sagen eher nicht ja lebensreduzierung beziehungsweise er wird ein mana mana slowdown geben ja okay ja man kann auch mit zeitfalle das mana komplett blockieren erstmal oder runtersetzen ähm 400 prozent schaden man kann ihn zum titan mitnehmen ja aber dann nur wegen seinem angriffswert also nur wegen wegen diesem wert hier ne wenn man da keinen höheren hat dann dann geht das ja aber sonst anhand des specials ist das kein titan killer nein ähm defensive wäre ja nur als tank ne und da sehe ich ihn glaube ich eher nicht also dafür ist er dafür ist er dann doch seien wir mal ehrlich tacken zu langsam und mach nicht und ist nicht so verheerend ja also da sehe ich dann doch helden wie hawthorn wie diao chan wie panther kostüm die sind alle schneller und verheerender ja vor allem er geht halt auf drei das kann halt auch sein dass er in die ecke geht ja und dann trifft er nur zwei so und wenn du jetzt im vergleich einen panther im kostüm hast der geht direkt auf alle löst er nochmal aus ist der gegner tot so gut wie wenn er nicht heilen kann ja und hier ist es halt ähm weiß nicht genau wo geht er drauf und ähm schwer zu ähm ja zu händeln sage ich mal für wenn wenn er in der defensive steht weil er killt halt nicht ne und er ist auch kein mega krasser supporter wie zum beispiel ein hawthorn wie zum beispiel eine diao chan deswegen ähm ist er dann doch in der in der rangfolge was lila tanks angeht ein bisschen weiter unten angesiedelt ja da würde ich sogar noch eher sagen je nachdem was man für eine konstellation hat kann man sogar Freya und Bera noch definitiv vorziehen ja also Bastet kann man es da auch vorziehen also die liste der helden die vor ihm stehen würden als tank in der tank hierarchie sind äh da sind einige ähm ähm generell wer jetzt nicht mit lila tanks spielt ja würde ich ihn wenn überhaupt in der defensive als flanke stellen wenn überhaupt ja aber wie gesagt da gibt's andere gute ist jetzt kein äh defensivfeld der der irgendwie hervor sticht oder sowas ähm war offensiv ja offensiv sehe ich seinen sinn ja in kombination mit dem defense downer mit einem elementaren defense downer dann äh genau das das haupt ziel markieren für den mana slowdown dann kann man da schon was machen ne also wenn man da wirklich äh aber da muss man dann auch mit mit defense downer und elementaren defense downer arbeiten dann funktioniert das mhm events nein für events brauchen wir nicht weil dann man hat kein lila event team ja das äh wird nicht gespielt in der regel oder eigentlich nie sagen wir es mal so äh äh turniere blutiger kampf ja da könnte ich mir auch in der defensive vorstellen als nervig mhm rush schwierig rush kriege auch schwierig äh müsste man gucken wenn man gegen ähm aber ihn nur zu bringen weil man gegen lindenbrock spielt ist halt auch ne ist ja auch eher mehr so verzweiflung als alles andere also ähm da sehe ich ihn im angriff ja defensiv ähm da irgendwie in turnieren aufstellen ist das gleiche wie im krieg ja du weißt nie wo geht er hin wie macht er das deswegen würde ich ihn rein für die offensive kann man ihn mitnehmen da kann man ihn überall auch mitnehmen ähm es kommt auf die kombination an die man spielt dann kann er gut sein ähm ich würde sagen summa summarum wir hatten definitiv äh schon schlechtere monatshelden ja die die elementare verbindung finde ich ganz nett aber auch da die greift halt im endeffekt auch nur wenn du einen gegner angreifst der feinde hat oder feinde macht weil wenn du äh das nicht machst dann reicht es auch und dann ist es sinnvoller einen helden zu nehmen der eine elementare verbindung hat wo er alle schattenhelden 5% mehr angriff gibt oder so ja also es kommt es kommt wirklich drauf an wo man ihn und wie man ihn spielt wenn man wenn man sagt ich will full advantage also voll vollen ähm vorteil aus seinen ganzen sachen ziehen dann muss man halt gucken gibt es da einen gegner der feinde macht gibt es da einen der übersteigendes leben macht dann kann man von seinen ganzen sachen ähm profitieren ansonsten wenn man ihn mitnimmt und weil er hier den den äh damage macht dann ähm kann man den theoretisch überall hin mitnehmen ja dann ist dann dann ist die zielauswahl da größer ich denke er ist er ist solide er ist solide er ist nicht so krass wie manche helden die im moment rauskommen ja und auch rauskommen werden das nicht aber er ist halt vom niveau her ist es ein typischer monat zelt man kann ihn spielen wenn man ähm jetzt sagt ich habe keinen in lila keinen von den neuen fancy krassen lila helden und ich würde gerne wieder ein lila helden leveln dann kann man ihn definitiv ähm gut machen ja da würde ich jetzt nicht sagen hau ihn nicht raus ich sag das relativ allgemein auch also ich würde mal sagen auf top niveau wirst du ihn kaum sehen ja ähm die leute die haben halt die ganzen top helden aber wenn du weiter unten spielst dann ist er definitiv ja eine alternative ja auf jeden fall und dann kann man vielleicht auch mal wer wer es wer es macht ja bitte dann auch mal an mich feedback wer es macht im krieg wenn er ihn als tank stellt oder als flanken oder sowas einfach mal feedback geben wie er sich macht ja das wäre das wäre mal interessant weil ich werde ihn da wo ich spiele werde ich ihn nie sehen in der defensive das ist halt einfach so ähm weiter unten kann es gut sein dass man ihn da sieht vor allem wenn die leute dann halt zeigen wollen guck mal ich habe den neuen helden also von daher sagt mir bescheid wie er sich da macht und dann werden wir mal sehen wie oft ich ihm in Zukunft begegnen werde ja ich bin gespannt ich könnte mir vorstellen wenn ich irgendwann wieder viele wappenröcke habe und die lila helden gelevelt habe die ich leveln möchte dann würde ich ihn auch machen aber ich habe meine meine liste in lila ist halt nicht kurz ne also Vera ist da im gespräch mit dumizia tatsächlich auch hinsichtlich der Kostüme lassen wir mal gucken was da so noch stehen lubu habe ich auch noch also da weiß ich noch nicht wo er sich da einreiht wahrscheinlich nicht als nächstes sagen wir mal so bei mir jedenfalls wer ihn levelt dann könnt ihr gar nicht mehr reinschreiben ne dann bin ich gespannt auf das Feedback und ansonsten falls ich irgendwas vergessen habe übersehen habe irgendwo eine Schwachstelle oder einen einen großen Gewinn nicht aufgedeckt habe lasst es mich wissen schreibt es rein und ansonsten könnt ihr mir auch generell gerne die Meinung reinschreiben was ihr von den Monatszellen haltet und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder also vielen Dank fürs Zuschauen macht's gut Ciao Ciao